Das Grundgesetz zu verachten, um Menschen wie Tiere zu wahrnehmen. Aber mal ernsthaft, der nach rund zwei Jahren ist das Grundgesetz zu verachten. Wir werden in die Demokratie-Politik... Also einfach weitergehen, der Polizeiführer sagt, wir werden nicht stehen bleiben. Einfach weitergehen, die Geschwistern stehen. Wir werden auch geschockt in den nächsten Jahren. Wir werden nicht stehen bleiben. Wir werden nicht stehen bleiben. Wir werden nicht stehen bleiben. Wir werden nicht experienceen. Der ist gerade so ein mailser Kind. Wir werden nicht stehen bleiben. Untertitelung des ZDF, 2020